Was ist die höchste Sichtweite in Minecraft? Wenn du ein Crafter bist, weißt du, dass man normal nur 32 einstellen kann. Doch wenn du ein Profi bist, weißt du, dass du mit Optifine 64 einstellen kannst. Was schon nicht schlecht ist, doch es ist eigentlich nicht ansatzweise nah daran, was eigentlich möglich ist. Denn wenn du den Minecraft-Code änderst, kannst du sogar bis zu 128 Sichtweite erreichen. Doch auch das ist nicht ansatzweise genug. Denn mit anderen Mods kann man einfach eine Sichtweite von über 1000 Blöcken erreichen, was wirklich unglaublich ist. Weil man bedenkt, dass im Standard Minecraft eigentlich nur 32 möglich ist. Und zudem kommt noch, dass der PC von den meisten nicht mal gut genug ist, um mit den Standardeinstellungen lagfrei spielen zu können. Daher sieht es bei vielen auch eher so aus. Und das im Vergleich ist schon ziemlich traurig. Aber immerhin weißt du jetzt...